ich bin jetzt gerade auf dem weg zum ansitz und das ist ein wunderschöner sonnenuntergang und in die kanzel geht es jetzt rein und dann schauen wir mal was heute geht jetzt sind wir in der kanzel und was habe ich so dabei in der kanzel den steiner laf dass ich die distanz messen kann diese pulsar xp 50 dabei die finde ich klasse auch zum doppelcheck ob vort und hintergelände frei ist oder vielleicht doch noch irgendjemand im wald wäre irgendwo im hintergrund sicherheit ist mir oberstes gebot und dann zum gewehrsetting das ist straße es 14 wenn im hotel hat der 55 schalldämpfer und einen steiner m7 xi glas ich hatte gerade weit mal ein seil geschossen habe ich mit der pp um krumm und dann schauen wir mal den waldungslicht hier ist der rehbock den ich gerade erlegt habe hier ist der rehbock den ich gerade erlegt habe und jetzt wünsche ich noch ein weidmannsheil an alle die auch draußen sitzen hier we go hier 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 Untertitelung des ZDF, 2020